Und damit Hallihallo und herzlich Willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Blender Video hier auf diesem Kanal. Ja, das letzte Video ist jetzt ein paar Tage alt, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, aber zeitlich ist es gerade massiv, dass ich hier mal gucken muss, wie ich das Ganze jetzt hier praktisch aufnehmen kann, ohne dass ich jetzt hier wirklich Stress habe oder alles. Immer mit der Ruhe und da muss man natürlich immer ein bisschen Zeit freischaufeln. Also wundert euch nicht, warum jetzt eventuell das nächste Video auch wieder ein bisschen länger dauert. Wir wollen uns heute allerdings um den Modus, um den Edit Mode uns heute mal hier mal anschauen. Eine kleine Sache vorab, was ich im letzten Part vergessen habe zu erwähnen, das möchte ich hier gerne nochmal schnell an dieser Stelle tun. Ich hatte euch ja gezeigt gehabt, wie man das Ganze ja skalieren kann, also mit der S-Taste. Das Skalieren, wenn wir jetzt die S-Taste drücken und zum Beispiel die X-Taste drücken, dann können wir das Ganze ja skalieren. Wenn ihr jetzt auf der Numblock-Taste jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal eine Zahl einschreibt, ob es jetzt nun 5 ist oder 10 ist oder 20, wir schreiben jetzt hier einfach mal die 10 rein und das Ganze mit Enter bestätigt, können wir das Ganze schon in eine Länge von 10 Blendereinheiten hier schon einstellen. So müsst ihr das nicht hier rüber jetzt einstellen. Das geht dann ganz automatisch. Da tippt ihr einfach beim S, wenn ihr die S-Taste drückt und die entsprechende Richtung, einfach die Zahl, dann könnt ihr das Ganze dementsprechend schon so anpassen, wie ihr es wollt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Haus habt, was jetzt so 12 Meter breit ist, dann skaliert ihr das so und schreibt einfach die 12 rein, bestätigt das Ganze mit Enter und dann ist das Haus halt dementsprechend schon breit. Aber wie gesagt, das nur mal als kleiner Zusatz, ja, weil ich das im letzten Part vergessen habe. Heute geht es uns um den Edit Mode und dieser Mode ist tatsächlich eine sehr interessante Sache, da kann man wirklich viel mitmachen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass das Ganze jetzt schon die Detail, die Feinarbeit ist, was der Object Mode, was wir jetzt ja aktuell jetzt gerade haben, das grobe Ganze jetzt erstellt, ist der Edit Mode, sodass das kleine Feintuning. Und im Edit Mode ist zum Beispiel auch diese Funktion wichtig, dass ihr das Ganze nachher auch richtig texturieren könnt und alles sowas. Also von daher versuche ich das Video nicht allzu lang zu machen, aber dass wir halt viele Informationen in diesem kleinen Video jetzt hier dementsprechend natürlich festhalten. Wie kommen wir jetzt erstmal in den Edit Mode? In dem Edit Mode kommen wir ganz einfach, indem wir die Tab-Taste drücken. Also hier unten könnt ihr jetzt hier drauf drücken und schaltet das Ganze in den Edit Mode. Ihr seht, der Würfel wird orange. Wie gesagt, das funktioniert auch, wenn ihr die Tab-Taste drückt. Die Tab-Taste ist die Taste neben Q. Ja, die linke Taste neben Q, das ist die Tab-Taste. So, ihr seht, es ist alles jetzt ausgewählt und wir sehen auch unter dem Reiter Transform, dass sich da einiges aufgelistet hat. Ich nochmal zur Ansicht, ja, falls ihr das jetzt vielleicht nicht gesehen habt, also hier auf der linken Seite. Wenn ich jetzt wieder in den Object Mode geht, seht ihr, da haben wir Duplicate, Delete, Join, Smooth, Flat und wenn wir das jetzt über die Tab-Taste jetzt in den Edit Mode gehen, sehen wir zum Beispiel wieder viele, viele weitere Sachen, die wir jetzt zum Beispiel machen können. Wir können das zum Beispiel extruden, was wir nachher auch gleich mal machen werden. Wir können hier einen Loop Cut & Slide zum Beispiel einfügen. Wir können das Ganze hier aufschneiden und wir können das, also es gibt halt unglaublich viele Sachen, die man hier mitmachen kann. Der Edit Mode ist wirklich so ein, ja, der interessante Part, weil hier kann man halt wirklich eine ganze, ganze Menge machen. Wir bewegen uns halt weiterhin mit der mittleren Maustaste und können jetzt hier zum Beispiel, haben wir unten, sehen wir ja in dem Edit Mode hier, diese drei Reiter. Die hatte ich euch schon mal vorgestellt. Einmal Punkt, einmal die Fläche, also die, die, ja, wie nennt man das, so die, die Kante und dann haben wir einmal die Fläche. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich will jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt hier haben, zoomen wir jetzt hier mal ran, haben wir jetzt den Punkt. Sage ich möchte jetzt diese Seite haben, dann drücken wir diese Seite und dann haben wir diese Seite. Und wenn wir die Fläche dazu haben wollen, können wir das Ganze halt auch mit der Fläche hier halt machen. Und was wir damit machen können, ist zum Beispiel, wir können das hier natürlich dementsprechend halt wieder mit der linken Maustaste kleiner und größer machen. Wir können jetzt aber, wenn wir zum Beispiel jetzt hier diesen Punkt nehmen, können wir jetzt dementsprechend halt den Punkt verschieben, ja, sodass wir das Ganze jetzt praktisch so ein bisschen deformieren. Ja, also wir können das jetzt so machen und dann so und dann habt ihr hier schon mal so eine abstrakte Kunst, ja. Dementsprechend funktioniert das natürlich auch, wenn wir die Seite nehmen hier, ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Seite anwenden, ihr seht das auch immer, das wird mal so leicht gelblich, so gelb-orange. Sehen wir jetzt hier, kann man zum Beispiel das hier halt länger ziehen und automatisch entsteht hier dann halt so eine Schräge, also wie so ein Trapez denn, ne. Ja, kann man das hier so, so eine Rampe oder sowas, also das sind halt die ersten kleinen Spielerlizte, die man jetzt hier so machen kann. Des Weiteren können wir hier zum Beispiel das Ganze extruden, ja, das ist praktisch, also wie extrahieren, ja. Wir können was rausziehen, indem wir das zum Beispiel jetzt hier in die Fläche jetzt auswählen, wir sagen jetzt hier diese Fläche und drücken jetzt die Taste E, ja, also E. Dann können wir jetzt nämlich noch einen zweiten Block jetzt zum Beispiel hier rausziehen. Oder wenn ich jetzt sage hier zum Beispiel, ich drücke jetzt wieder die Taste E, ne, seht ihr, ich muss jetzt halt nicht permanent jetzt einen neuen Würfel jetzt irgendwie machen, sondern habe jetzt hier, ja, ein kleines, äh, was auch immer gebaut. Das macht ihr halt einfach mit der Taste E. Also das ist halt, ähm, ihr zieht was aus dem Körper praktisch raus und erstellt damit halt, ähm, einen weiteren halt, ne. Also das ist jetzt kein weiterer Körper, den ihr jetzt so damit praktisch jetzt gemacht habt, ähm, ihr, ihr deformiert das halt praktisch, ja. Dass es dann halt ein Einkörper halt ist, also das ist halt weiterhin Einkörper. Sprich, das heißt nachher, wenn ihr das Ganze texturieren wollt, müsst ihr darauf achten, dass das Ganze halt, äh, dementsprechend auch angepasst wird, weil sonst könnte es sein, dass zum Beispiel der Lotus, äh, Content Manager das gar nicht so witzig findet. Wir haben aber auch noch weitere Sachen, die wir hier zum Beispiel machen können. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel die STRG und die R-Taste drücken, können wir das Ganze schneiden. Das können wir hier auch mit dem Subdivide oder mit dem Loop Cut & Slide, ne. Können wir das Ganze, ähm, jetzt auch nochmal aufschneiden. Wenn ihr das Mausrad dreht, dann könnt ihr weitere Cuts natürlich dazu schneiden. Also jetzt, jetzt haben wir hier zum Beispiel, haben wir jetzt einen einzelnen Cut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Mausrad drehen, können wir jetzt hier, pfff, keine Ahnung, achte, neune, und wir können aber ein bisschen das Unermessliche, können wir das Ganze jetzt hier natürlich hochdrehen. Aktuell wäre aber sinnvoller erstmal auf einen. Das Ganze bestätigt ihr natürlich mit der linken Maustaste. Ihr seht, es ist für gelb. Damit habt ihr noch die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu verschieben. Wenn ihr das nicht macht, sprecht das automatisch in die Mitte. Und wenn wir das Ganze zum Beispiel haben, können wir jetzt hier zum Beispiel das Ganze auch schon wieder sagen, wir wollen das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen, ne, E drücken. Und dann können wir das Ganze hier zum Beispiel auch mal wieder ein bisschen extruden oder sowas, ne. Das ist zum Beispiel nachher ganz wichtig, wenn ihr so Sachen zum Beispiel knicken wollt oder sowas. Ist es, äh, fantastisch. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir jetzt sagen, wir haben, ich wähle das mal alles aus, Skali, das ist mal ein bisschen kleiner alles, ja. Und, äh, ja, können jetzt hier zum Beispiel so eine Kanten hier reinmachen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen jetzt erstmal, wählen das jetzt hier aus, und dann, äh, warte mal, das war falsch. Das ist jetzt wieder der Vorführeffekt natürlich. Ich wähle jetzt mal das hier aus, dann können wir das Ganze jetzt hier zum Beispiel verschieben. Wenn wir das nämlich nicht machen, ne, dann, ähm, würde sich nämlich alles bewegen. Das heißt, in der Form könnte man ganz schnell halt ein Dach bauen, ne, wenn es jetzt natürlich, das ist jetzt alles bloß pro forma, ja. Das ist alles, also wie gesagt, ich bin kein Profi, ich will euch nur schnell diese Methoden mal so zeigen, wie man das halt machen könnte. Ähm, auf jeden Fall könnten wir jetzt hier zum Beispiel ein Dach machen. Und natürlich geht das aber auch weiter, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, sagen wollen wir jetzt hier das Ganze nochmal, ähm, mit Extrude machen, ne, dass wir jetzt hier zum Beispiel noch einen weiteren Cut drin haben wollen. Denn dann können wir das jetzt dementsprechend hier auch noch einfügen. Ja, und ihr seht jetzt, hier ist jetzt ein weiterer Cut drin, ja. Und das Ganze funktioniert dementsprechend natürlich wieder, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel das jetzt hier auswählen, ja, dann könnten wir das dementsprechend dann halt, äh, ja, weiter deformieren. Ihr seht's, ne, also, so muss man sich das vorstellen. Das ist ein relativ cooles Spielzeug, also, da kann man wirklich, äh, viel Zeit auf jeden Fall mit, äh, ja, da kann man auf jeden Fall Zeit und die werdet ihr wahrscheinlich brauchen, äh, wenn ihr zum Beispiel das Ganze natürlich, ähm, richtig gut beherrschen wollt. Ne, das ist halt immer so eine kleine Sache. Ähm, was haben wir noch, was haben wir noch? Wir haben, wie gesagt, die S, D, L, G und die Z-Taste, ist natürlich klar, dass um das Ganze halt, äh, zurück, äh, zu setzen, ne, ähm, jetzt gucke ich gerade mal. Wir können das Ganze, wenn wir zum Beispiel halt auch, äh, schon texturiert haben und wir haben jetzt hier oben, sag ich mal, ein Dach drauf, ne, dann haben wir ja das Problem, dass, wenn wir das Ganze extruden, ja, ähm, ist es so, dass wir jetzt hier zum Beispiel sagen können, das wird jetzt ein Haus, ne, also, ihr seht das Ganze jetzt. Ja, ach so, das kann ich euch vielleicht auch noch zeigen, wie das funktioniert. Also, wir machen jetzt, äh, mit der E-Taste ziehen wir das Ganze raus, extruden das praktisch, mit der S-Taste skalieren wir das Ganze, ziehen das jetzt halt in die Mitte zusammen und wir haben das Dach. So, wenn uns das Dach jetzt natürlich zu hoch ist, äh, drücken wir auf den blauen Pfeil und können natürlich das Ganze noch höher oder kleiner machen und, ähm, so, somit haben wir unser, unser kleines Dach hier, ne. So, also das funktioniert. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass, wenn wir jetzt hier unten eine Haustextur haben und hier oben zum Beispiel eine Textur nehmen, die jetzt zum Beispiel ein Dach ist, wird das, äh, Lotus nachher nicht gefallen, weil ihr praktisch eigentlich zwei Materials auf einem Körper habt. Und das funktioniert nur in Blender, ja, aber es funktioniert nicht in Lotus. Das heißt, ihr müsst die praktisch rausheben, ja. Das macht ihr, indem ihr die Seite zum Beispiel anklickt, die ihr jetzt hier haben wollt und drückt jetzt die Taste P. Okay, wenn ihr jetzt das Separate, äh, seht ihr schon, jetzt auf Selection drückt, achtet mal hier auf den Cube jetzt, wir haben jetzt hier aktuell nur diesen einen Cube hier. Wenn wir jetzt das Ganze jetzt auf P drücken, Selection, seht ihr, automatisch bildet sich da ein neuer Cube und das Ganze ist jetzt ein eigenständiger Körper. Ja, also wir wählen jetzt nicht mehr nur noch das Haus aus, sondern wir können uns jetzt auch noch nur noch das Dach hier auswählen und ihr seht, ne, wir schneiden das automatisch, schneiden wir das Ganze jetzt hier raus, ne. Also so, dass das halt wirklich sein eigener Körper ist, ist vielleicht, äh, nachher für die Entwicklung zum Beispiel ganz wichtig, dass das Ganze denn, ähm, jeweils seine eigene Textur zum Beispiel bekommt. Gut. Okay. Damit, ähm, was haben wir noch? Spuren, äh, speichern mal, äh, machen das Ganze immer mal wieder ein bisschen rückgängig, sodass wir das Ganze hier haben. Wir haben zum Beispiel, ähm, ich sag mal, eine Wand, ne. Wir schieben das Ganze mal ein bisschen zusammen hier, weil ich weiß ja auch unter euch wollen einige vielleicht noch ein bisschen Straßenbahn bauen oder sowas, ne. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel einen, ja, weiß ich, einen kleinen Waggon hier, ne, also wunderbar schön. Und da sind natürlich Türen und Fenster natürlich drin. Okay, dann wollen wir mal hier mal ein bisschen rumfummeln und, äh, mal ein bisschen euch mal so diese anderen Feinheiten zeigen, die ich hier unglaublich liebe. Mir macht Blender zur Zeit mega, mega viel Spaß, weil man halt sich so austoben kann halt. Also drücken wir STRG und, äh, die, nein, das war jetzt falsch, das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen, äh, so. So, STRG, oh Gott, STRG und die R-Taste, das alles müsst ihr aber im Edit Mode machen, ja. Jetzt holen wir uns hier erstmal ein Schnitt STRG R, suchen wir uns jetzt hier aus, ähm, bis hierhin ist eigentlich ganz okay. Und das Gleiche machen wir jetzt nochmal, hier unten ist der Warenkasten, also sagen wir, bis hierhin ist okay. So, und jetzt holen wir uns, ich sag mal, jetzt hier die Fenster hin, ähm, hier können wir zum Beispiel die Tür machen. Ja, das sind jetzt, das ist jetzt, äh, jetzt nichts Heimes und nichts Ganzes hier, Leute, ja. Also, es geht mir jetzt nur darum, dass ich euch das mal ganz kurz zeigen kann. So, und jetzt haben wir hier ein paar Fenster rein, naja, das ist jetzt auch keine perfekte Abmaßung hier. Und, äh, ja, von daher bitte ich doch, wenn da jetzt irgendwelche Kommentare kommen, wie, äh, das sieht doch voll furchtbar aus. Äh, das hat nichts damit jetzt zu tun, dass es jetzt so schön aussehen soll. So, wir sehen hier, die, ähm, die Katze haben wir jetzt auf beiden Seiten jetzt, ja. Ja, also, sie liegen halt auf beiden Seiten. Hier, weil, jeweils die Tür, also hier die Türen, ne, obwohl jetzt die Tür hier dementsprechend natürlich ein bisschen breit geworden ist. Das müssen wir mal ein bisschen, also ein bisschen Ordnung muss schon sein. Äh, ja, also ist okay. So, wählen wir jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ja, genau, äh, die Objekt-Mode, äh, die Objekt-Ansicht habt, seht ihr das natürlich nicht. Das seht ihr alles nur, wenn ihr im Edit-Mode seid. Nehmen wir jetzt mal hier die Fläche aus. Diese und diese, diese und diese. Hier sollen natürlich, oder diese können wir hier auch noch zum Beispiel nehmen, weil hier sind nämlich die Türen. Das heißt, wir müssen das jetzt entfernen. Das muss natürlich rausgeschnitten werden, ne, indem wir das Ganze auf Entfernen drücken, also auf Entfernen oder X. Und dann gehen wir hier auf Only Faces oder Only Edge and Faces. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Only, ähm, äh, Faces gehen, sehen wir hier noch die kleinen Linien hier. Wenn wir das Ganze jetzt dementsprechend entfernen drücken, Edge and Faces, ja, dann passiert nämlich sowas hier. Dann löscht ihr nämlich alles umliegende. Also wir müssen schon darauf achten, dass wir das Ganze halt wirklich, ähm, anwählen und sagen jetzt hier zum Beispiel Only Faces. Das sieht man hier nachher nicht. Das ist nachher nicht mehr da, wenn ihr das Ganze zum Beispiel jetzt, ähm, in, in Notdustier zum Beispiel euch dazu holt. So, jetzt nehmen wir das hier auch noch raus. Äh, und hier müssen wir natürlich das hier auswählen, dass das Ganze hier zum Beispiel so ist, ja. Und da könnt ihr jetzt, äh, da, das ist auch wieder falsch, äh, aber nicht ganz falsch, denn, äh, wie gesagt, das ist jetzt, äh, ja. Wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken. Wir sehen jetzt nämlich, dass wir hier durchgucken können. Ihr seht's, ne, wir können jetzt hier auf die andere Seite durchgucken. Also habt ihr gesehen. Ähm, nochmal zur, 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 wir wählen das aus. Die Fläche, die wir haben wollen, entfernen, also drücken die Entfernen-Taste oder die X-Taste und sagen jetzt Only Faces. Somit haben wir auch schon mal so einen kleinen Warenkasten. Ist jetzt natürlich nicht optimal, ne. So, jetzt haben wir ja natürlich, wie gesagt, diese Flächen. Da wird Lotus nachher auf jeden Fall meckern, wenn ihr so, äh, wenn, wenn ihr sowas habt. Deswegen, ähm, wählt ihr jetzt diese Punkt-Taste aus. Und wir sagen jetzt zum Beispiel, ihr soll uns jetzt hier jeden einzelnen Punkt jetzt hier nehmen. Ja, so, das Ganze mit der Shift-Taste gedrückt halten, mit der rechten Maustaste auf die Eckpunkte gehen. So, wenn ihr das habt, wenn ihr die ganze Seite zum Beispiel habt, die ihr haben wollt, drückt ihr die Taste F. Und automatisch seht ihr, wir haben jetzt hier ein Face dazu gebaut, ne. Und schon können wir da nicht mehr durchgucken. Das macht ihr jetzt zum Beispiel an allen Ecken. So, zack. Und hier kann man das auch noch machen. Zack. Und hier unten machen wir das auch noch. Zack. So, jetzt ist das natürlich für ein Fenster natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen schon sehr kantig. Jetzt kann man hier zum Beispiel sagen, ja, dann nehmen wir das hier raus. Dann können wir das Ganze nochmal noch ein bisschen, irgendwie, ähm, ein bisschen anders machen, so dass es vielleicht, äh, ein bisschen hübscher wird. Wie kann man das jetzt so machen am besten? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Kann man das natürlich breiter machen auch, ne. Obwohl das wenig Sinn macht. Ja, ja, also, kann damit schon Schindluder machen. Also, so. Können wir jetzt auch die Seite hier auswählen. Geht das? Ne, das geht nicht. Hm. Ne, dann muss ich jetzt gerade passen. Jetzt habe ich gerade aktuell vergessen, wie das funktioniert. Normalerweise könnte man das jetzt, äh, dementsprechend halt noch ein bisschen abrunden. Aber das soll jetzt gar nicht so, so, so weit ins Detail gehen, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich so jetzt schon viel zu viel für den einen oder anderen. Ähm, deswegen, also, wie gesagt, diese Eckpunkte, die müsst ihr verbinden, denn halt dementsprechend, indem ihr die Taste F drückt. Also, es ist halt, ein bisschen fummeln muss man auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht am Ende angekommen. Wahrscheinlich gibt es noch den einen oder anderen Trick hier, äh, der ist wahrscheinlich alles ein bisschen beschleunigt, ja. So, und seht ihr, na, jetzt haben wir hier zum Beispiel, ja, das Ganze abgeschlossen. So, manch einer würde das Ganze jetzt sogar mit Planes bauen, ja, also einfach nur aus einer, aus einer Plane raus würde das Ganze bauen. Ich, wie gesagt, äh, nutze da lieber halt so einen Würfel und ihr seht, das Ganze funktioniert eigentlich. Wenn wir das Ganze jetzt hier, STRG-EV, dann haben wir das zum Beispiel jetzt schon auf der zweiten Seite und man könnte schon fast sagen, oh, ne, so schnell kann man doch irgendwie was zusammenschustern. Und wenn man hier, ich sag mal, jetzt noch einen neuen Würfel dazu holt, ne, wir packen den jetzt mal, machen den mal ein bisschen dünner. Schieben den mal jetzt hier nach vorne, ja. Dann haben wir hier zum Beispiel das schon mal abgeschlossen, schieben das hier ran. Und jetzt können wir das Ganze zum Beispiel auch noch mal so ein bisschen, ähm, anpassen, ne. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, da, ähm, holen uns jetzt mal hier, gehen wir mal in Edit Mode, schieben wir das Ganze rein. Wichtig ist hier halt wirklich, dass ihr darauf achtet, dass, ähm, dass ihr, ähm, das Objekt nicht im Edit Mode, ähm, neu hinzufügt. Also jetzt nicht jetzt einen neuen Würfel dazu holen, sondern holt euch das Objekt im Object Mode, weil sonst paart ihr praktisch diese Objekte miteinander. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt hier gerade am, am, am rumtüfteln bin, versehnte ich jetzt hier die Shift A und mir in Kühlpohle, äh, seht ihr, da ist zwar, äh, also, naja, jetzt, jetzt geht das nicht, warte mal, ich gehe mal jetzt zurück hier, jetzt in den Edit Mode. Oh, was haut jetzt gerade nicht hin? Öh. Also, genau, wenn ich jetzt hier, ähm, 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 Edit Mode bin und jetzt einen Würfel dazu hole, ne, kann ich den Würfel jetzt noch bewegen, ne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt sage, ich gehe jetzt mal kurz mal wieder raus und wähle das hier mal an und wähle jetzt das wieder an, sehen wir, seht ihr, ihr paart praktisch das Objekt, äh, mit dem, ähm, Objekt, was ihr gerade editiert. Und da müsst ihr aufpassen, dass, also, das ist mir am Anfang ziemlich oft passiert, dass, äh, dieser Fehler da praktisch entstanden ist und das ist natürlich nicht so schön, ne. So, aber wir sind ja jetzt aktuell hier dran, äh, hier kann man zum Beispiel wieder die Seite auswählen, also, ihr seht, ne, also, es geht relativ zügig, ne, dass man hier irgendwas bauen kann. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel auch, äh, ja, ne, ne, diese Fläche hier, die wir jetzt hier zum Beispiel jetzt gerade gebaut haben. So, lassen wir die so und ziehen das Ganze mal halt so raus. Jetzt können wir hier zum Beispiel das Ganze miteinander verbinden, indem wir jetzt hier sagen, dieser Eckpunkt, dieser Eckpunkt und, äh, dieser Eckpunkt, drücken jetzt die F-Taste. Seht ihr, wir haben da jetzt, äh, so eine kleine Wand jetzt, äh, praktisch jetzt, äh, mit dazu. Normalerweise wäre das jetzt so nicht vorgesehen, aber, dadurch, dass wir, ähm, diese Faces dazu holen können, können wir jetzt hier, äh, so ein kleines, äh, Fenster hier. Und schon haben wir, hätten wir schon fast hier unser Cockpit, ne. So, jetzt können wir hier zum Beispiel noch sagen, okay, wir editieren das Ganze nochmal. Wir haben hier oben zum Beispiel die Zielzuganzeige, hier ist dann halt noch das Seitenfenster und, äh, haben wir hier auch noch das Seitenfenster. So, und bei der S-Bahn so zum Beispiel, ne, können wir das Ganze jetzt, äh, so schnell mal machen. Zack, können wir das, äh, so, hier, hier macht das jetzt gerade nicht, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, das ist jetzt natürlich, äh, eine gute Frage, warum man es jetzt hier nicht macht. Dann müssen wir das jetzt hier drin auch nochmal machen. Weil das Ganze als, äh, ach so, ja, weil ich das so ein bisschen blöd getrennt habe hier. Naja, das müssen wir anders machen. Ja, ihr seht, auch, wie gesagt, auch ich bin noch nicht, äh, 100% erfahren. Das ist aber auch nicht schlimm, finde ich, denn, äh, auch ich lerne ja heute noch. Ne, ne, so, lassen wir es einfach mal ganz kurz so und holen uns jetzt erstmal hier die Frontscheibe jetzt hier raus. So, die soll jetzt raus, Only Faces, äh, wenn wir jetzt hier nochmal das Ganze, ach Gott, jetzt geht das natürlich, jetzt ist wieder der sogenannte Vorführeffekt hier, ist jetzt, äh, nicht optimal, soll jetzt aber auch, wie gesagt, jetzt nicht optimal werden, so, Only Faces haben wir jetzt hier zum Beispiel, ne, unsere kleine Scheibe hier nach vorne raus, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, jetzt habe ich hier zu viel abgeschnitten. Ja, naja, ist denn halt so, ähm, jetzt sieht das natürlich ein bisschen komisch aus, ne, und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, die Seite nochmal anwählen und das Ganze können wir jetzt hier noch so ein bisschen ausbeulen, ne, kann man das jetzt hier miteinander verbinden mit den einzelnen Punkten, eventuell, schauen wir mal, ob das funktioniert, den wir jetzt F drücken, ne, und schon baut man sich so sein kleines Cockpit zusammen. Also, ihr seht, es ist echt nicht schwer hier irgendwie was draus zu zaubern, ne, man muss halt Kreativität zeigen, ne, damit das Ganze halt dementsprechend passt. Und es gibt halt noch tausend andere Tricks, so, jetzt seht ihr, ne, jetzt ist das Ganze hier abgeschlossen, wir hätten jetzt hier so ein kleines Cockpit gebaut, so, das Ganze können wir jetzt hier einfach kopieren, ne, und können das jetzt hier nach hinten RZ auf, ne, RZ auf 180 Grad drehen, und dann hätten wir das jetzt hier hinten angeschlossen, und ihr seht, so schnell könnte man eigentlich mal hier schnell was basteln. Ich meine, das hat jetzt nicht mal 23 Minuten gedauert, und ich erkläre das, also, ich versuche es zu erklären, ne, weil ich selbst weiß natürlich, wie es funktioniert, ja, aber das dann halt immer so zu erklären, das ist halt immer so kurz. Ja, sonst, ähm, kann man natürlich noch deutlich mehr machen im Edit Mode, ja, das ist jetzt erstmal, so das grobe Ganze, was jetzt so eigentlich so der Edit Mode eigentlich so vollrichten kann. Also, man kann nicht halt nur so Sachen ausbeulen, wie zum Beispiel, ähm, man kann hier rausschneiden, man kann neue Faces dazufügen, ja, man, man kann einfach, äh, ja, das ist halt einfach euch überlassen. Das ist halt wirklich was mit Kreativität halt zu tun. Ähm, ihr könnt ja auch mal gucken, wie sieht das aus hier, ins Move würde das so aussehen, voll hässlich. Ich weiß nicht, ich stehe, ich, ich mag es immer noch eckig. Ja, ähm, ansonsten haben wir hier, ähm, im Edit Mode natürlich hier die ganzen Subdivites, ne, äh, wichtig zum Beispiel, oder was heißt wichtig, äh, viele, also gerade auch ich, ja, so, jetzt sehen wir zum Beispiel, jetzt bin ich im Edit Mode und habe jetzt einen Würfel dazu geholt, der wird jetzt noch, äh, angezeigt, aber dann, wenn ich jetzt irgendwas verschieben will, ist er weg. Dann können wir nämlich mit dem kaum noch arbeiten. Deswegen immer darauf achten, dass ihr im Object Mode seid. Jetzt hole ich mal hier noch ein bisschen was dazu, ne, jetzt sage ich hier zum Beispiel so ein paar, ähm, ähm, Fenster, Fensterrahmen rein. Deswegen machen wir jetzt hier mal so zwei, so, und sagen jetzt hier auch nochmal, ne, ja, machen wir das erstmal so. Und, äh, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die einzelnen Seiten auswählen, hier mit der Ship-Taste natürlich gedrückt erhalten, jetzt gehen wir auf Extrude, also wir drücken wieder die Taste E und schieben das Ganze so ein bisschen rein, haben wir hier zum Beispiel so einen kleinen Rahmen hier, ne, und wenn wir damit fertig sind, können wir das Ganze hier mal alle auswählen hier und drücken jetzt die Taste F oder auch nicht, weil das funktioniert gerade nicht. Dann müssen wir es mal so machen. Genau, da haben wir jetzt nämlich die Möglichkeit, die ganzen, äh, Cuts wieder rückgängig praktisch zu machen, ne. Das ist vielleicht schon eine ganz coole Sache. So, äh, hier kann er jetzt komischerweise nicht machen. Alles klar. Spart hier, äh, spart hier die Words und die Edge und alles sowas, ne, weil ihr halt nicht mal so viel berechnen lassen müsst. Ja, sonst, ähm, was gibt's noch? Wir können zum Beispiel sagen, jetzt, dieses Objekt und dieses sind halt identisch, drücken wir die STLG und J-Taste und schon haben wir ein Objekt, ne, was wir jetzt halt verschieben können, aber ich glaube, das ging auch schon im Objekt-Mode. Ja, wir sind ja auch im Objekt-Mode aktuell. Ähm. Noch irgendwas Wichtiges, was ich jetzt aktuell vergessen habe? Ich überleg' gerade. Hm. Ich glaub' eigentlich so für das grobe Ganze Erste sollte das erstmal reichen. Brauch' ich denn noch immer sonst die ganze Zeit? Also wie gesagt, das Wichtigste ist halt Extrude, ja, und jetzt hab' ich euch gezeigt, dass man die Faces halt zusammenpacken kann. Ne, ich glaube, ich glaube eigentlich war's das. Das sollte erstmal so, erstmal das Grobe und Ganze erstmal für das Erste gewesen sein, wie schnell man hier irgendwie was zusammenschustert, halt aus einem ganz normalen Block. Ja, kann man hier eigentlich großartige Sachen mit errichten. Und, äh, ja, natürlich, ähm, freu' ich mich über Kommentare von eurer Seite, ja, falls euch das Ganze gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Da geht's jetzt mal ans Texturieren. Das ist so eine Sache, die wird ein bisschen, ähm, nicht ganz so schwierig. Da brauchen wir auch den Edit-Mode. Warum ich jetzt den Edit-Mode erstmal jetzt genommen hab' und im nächsten Part jetzt erst, äh, ans, ähm, modellieren, also ans, äh, ans Texturieren gehe. Okay, denn ohne diesen Edit-Mode kommt ihr nicht ran, ums, ans Texturieren. Also, das ist noch ein bisschen verstrickt halt alles. Und, äh, ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß, wie gesagt, immer noch, ich sag's halt immer noch, es ist kein Tutorial, Leute. Das ist jetzt so meine persönliche eigene, so wie ich jetzt hier gerade aktuell arbeite, ähm, ja, so wie ich jetzt meine ganzen Objekte zum Beispiel baue. Aber, das zeige ich euch jetzt halt nur in den Videos. Deswegen, ich möchte immer noch festhalten, dass das kein Tutorial ist, sondern einfach nur einfach ein Video, wo ich euch zeige, wie es funktioniert. Somit, äh, ja, verabschiede ich mich hier und freue mich natürlich, wenn wir uns in so einem nächsten Part hier wiedersehen. Damit, äh, danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!